Willkommen zu einem neuen Part Curvy Star Alliance Und wir sind auf dem, ja, Extra-Abschnitt für Extra-Eclair Die Suche nach dem großen Scheitern Ja, die werden wir natürlich auch versuchen, alle zu finden Ich glaube, in dem Abschnitt gibt es keinen Oh, hört doch eine coole Musik an Ich will den Nenner, komm, Nenner, sei mein Freund Ja, Nenner, und wer bist du? Okay, jetzt brauchen wir noch irgendwas anderes, was interessant ist Boah Heil-Items verteilen Ich weiß nicht, dass wir nicht mehr richtig selber brauchen Oh, schau, ich dachte, wir können mal was Okay, dann in den oberen nehmen Okay, also es wird jetzt immer so ein Rätsel sein, welche Kiste wir oder wie das, was wir brauchen Okay, aber dann bring schon mal Der Kumpel schon, oder? Okay, das ist jetzt ziemlich... Wir müssen nach oben Da müssen wir rein Wir müssen nach oben Kräte nehmen wir sie mit in Okay, wir müssen nach oben So, Kirby, nicht einfach nur mit ihr Resolution. Wie soll ich denn die Daffen von meinen Leuten... ...oh, so was? ...und so was? ...und so was? ...und so was? ...Sprudel, äh... ...was soll ich denn hier? ...Sprudeln ja! ...er zwei Krägerigen scheuern, ne? Ach, ist das... Ich hab mal gebraucht hier einen Schlüssel... ...und da hier nicht oben... ...unten mal, da muss er irgendwie nicht oben sein. Oh, ich werd auf den... Ach, Leute... So, komm, alle folgen! Okay, das war jetzt zu wenig. Okay, das bringt ne andere Tür frei. Okay, das bringt ne andere Tür frei. Wir spielen auch halt so Happy's. Är ja ähnlich. Los seid ihr семlang! Ja, wir brauchen noch... Die, dass wir caern! Das ist número one Single! Ja, wir brauchen noch eineu- ...macheren! spacious Dance! ...Z убийrecht. Wir haben dieses mysteriöse Prototal gekriegt, richtig cool! Das ist jetzt kein Nieseköl! Wir sollten... ...hau mal auf unsere Energie... ...also mal... ...hau mal! Ich find das immer wieder amüsant, wenn... ...so'n Ball von Wobbidys zerflattert und die alle so durch die Gegend springen. Gibt's hier noch irgendein Geheimnis? Ich dachte, er hätte jetzt... ...könnt diese Mauersterne aufschmeißen oder so. ...könnt das nicht... ...könnt den Geheimnis? Nicht nur die Helm, ich weiß nicht, was das was hier. Koop da ist offen. Erstens, ich würde dich nicht sehr interessieren. Okay, das war zu früh, eindeutig. Na gut, dann wollen wir mal in den fruchtigen Forst. In den fruchtigen Forst wahrscheinlich, wo eher. Was war das? Kann man mit dem was finden? Stillleben? Oh, ist das nicht still. Die Kühlschrank-Klein. Kirby Crystal scheint hier. Was kommt? Die sind irre. like- Das war's. Das war's. Okay, dann mal da noch den Frühschrauben. Okay, Änderung mit der Rückgesetzplattform. Das ist das? Das? Okay. Ah ok Tröpfel? Tröpfel? Mit Cycels stellen was los? Der Wächter des Waldes Ach so So Meiner sehen kann, es gibt noch ein Pfeffer in der Tür Der Wächter der Wälder Der Wächter der Wälder Und dann haben wir das Zeichen Mach Ich hab's Neuer Köpen machen können Ach guckmal wie trau ich der jetzt aussieht Das war's für heute. Auf in das Schloss. Der Boss dürfte ja eigentlich auch jedem schon bekannt sein. König DDD. Das ist ein Elektro-Bilder-Bilder-Bilder-Bilder-Bilder-Bilder. Das ist ein Elektro-Bilder-Bilder-Bilder-Bilder-Bilder. Kann man diese Läufe anholen? Das ist ja die eigentliche mal in der Frage. Ja, komm. Das ist ein Elektro-Bilder-Bilder. So. Ich habe jetzt den Spann. Ich habe jetzt den Spann. Ich habe jetzt den Spann. Der ist weg, das ist jetzt alles unterschiedliche. Bis so, bis so hier. Ja, ist er. Der kommt an den Köder. Der kommt an den Köder. Der kommt an den Köder. Okay. Let's go. Wrestler, okay. Stand up. Oh, okay, auch nur Freunde. Also Wrestler-Körbe geklärt mir schon wesentlich mehr als Camper-Körbe. Okay, also optisch unterscheiden sie sich eh nur am Stimmband. Ich glaube hier von diesem Puzzletime, Banner-Ruf-Puzzle, läuft. Ich hätte eigentlich was da immer schon mehr geklärt. Okay, aber da kann ich ja die ganzen internen hier einmal rummachen. Was sollte denn nun hier dran reichen? Okay, das kann man ja aus der Demo löschen. Irgendwo muss sie dann weggehen, die andere Seite noch reinhören. Das war bis jetzt noch nichts. Neues. Bis auf die Gegner am Anfang schon. Okay, also wir nehmen einmal Elektronen mit. Na komm, und Wasser nehmen wir mit. Ich brauche ihn nicht. Ich habe auch schon noch mit. Königlicher Ernstfeind. König D-D-D. Komm, Freunde. Komm, Freunde. Komm, Freunde. Komm, Freunde. Komm, Freunde. Komm, Freunde. Lager Kaffee und Haha, das ist ein Schaden. Das ist ein Schaden. Das ist ein Schaden. Das ist ein Schaden. Ich liebe diesen Tanz. Das war's. Das ist ein Schaden. 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 Ich muss ein Schaden. Ja, der Traumfreund König DDD. Du kannst jetzt den Traumfreund König DDD rufen. Nein, ich möchte aber nicht zum Traumpalast. Welt voller Wunder. Planet Pop. Okay, wir sollen das dunkle Herz suchen. Wir werden aber erst im nächsten Part zum Bild der Wunder fahren. Auf Planet Pop. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Daumen hoch oder ein Abo. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis denn.